hey leute und herzlich willkommen zu einem neuen video heute spielen wir welcome to animal crossing new leaf aber mit einer anderen stadt und das möchte ich euch jetzt mal zeigen deshalb gehen wir einfach mal rein das ist erstmal die einleitung und dann gehen wir auf neues spiel mit wir das ganze neu starten können hier hoch entschuldigung ich habe da meine frage es ist jetzt genau 2 uhr 8 am 25 dezember 2018 oder nein das ist falsch falsch wie viel uhr ist es denn wirklich und welchen tag haben wir überhaupt heute ist der 25 12 2018 und es ist gerade 14 uhr zwölf es ist also 14 uhr 12 am 25 dezember 2008 gebockt das stimmt jetzt aber oder ja ollie garantiert danke ich sollte meine ohr mal neue eine neue batterie verpassen darf ich also was ich moment mal wie heißt du eigentlich ich heiße valeria hallo valeria du hast einen tollen namen ganz ehrlich so heiße ich gar nicht was das ist falsch dann sag's mir halt nochmal ich möchte gerne einen anderen namen und ich nenne mich einfach mal hmw wie soll ich mich nennen röbecka hallo röbecka du hast einen tollen namen ganz ehrlich Hübsch, oder? Auf jeden Fall der perfekte Name für das Mädchen von heute. Du sagst es. Also, Rebecca, wo soll es denn heute hingehen? Es geht nach... Hamburg. Nee, nach Kiel. Oder nein, nach Berlin. Nach Berlin? Genau, du hast recht, Olli. Berlin, nie gehört, wo das wohl liegt. Ach klar, die Karte, wenn es an dieser Bahnlinie liegt. Dann ist das hier vielleicht Berlin? Nein, das ist fast richtig, aber leider falsch. Huch, lag ich daneben. Also nochmal, vielleicht hier. Ähm, könnte hinhauen, aber leider nicht, nein. Wieder falsch, das gibt es ja nicht. Hier vielleicht. Ähm, ja, nein. Falsch, immer falsch, Mann, oh Mann. Hm, tja, ah, jetzt habe ich es. Tut mir leid. Warte, ich gucke mir das mal genau an. Meinst ihr, das ist gut? Ich nehme das. Genau. Ah, das ist also Berlin. Also, fährst du oft nach Berlin? Ich war noch nie da, Olli. Oh, du fährst da heute zum ersten Mal hin. Wie aufregend. Warum? Warum denn, wenn ich fragen darf? Ich ziehe um. Was? Echt? Wie spannend. Oh, aber wenn du zum ersten Mal da hinfährst, dann weißt du doch noch gar nicht, wo du wohnen wirst. Ich finde schon was. Einfach hinfahren und dann mal sehen. Dieser Mut gefällt mir. Vorher planen ist auch langweilig. Naja. Nächster Halt. Berlin. Türen bitte erst nach Stillstand des Zuges öffnen. Jetzt lädt es. Meine Kamera. Sorry, Leute. So. So sehen wir also aus. Okay. Wow, schaut mal. Ja, das ist sie wohl. Ach, das schlägt selbst mein Herz schneller vor Aufregung. Oink. Vielleicht sollten wir sie begrüßen. Los, wir machen den Anfang. Oink, oink. Nur nicht so schüchtern, ihr Lieben. Jetzt ist es Zeit für die Begrüßung, die wir eingeübt haben. So, da ich ja schon mal in Mikrosen gespielt habe, überspringe ich das Ganze jetzt einfach mal. Erst mal zum Rathaus, hat sie gesagt. Ähm, ja, welche Frucht, welche Früchte haben wir denn hier eigentlich? Ich sehe keine. Ich würde nämlich liebend gerne... Oh, wir haben Birnen! Oh, lecker Birnen. Ich liebe Birnen. Die sind immer so lecker. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Warte, wo ist das? Ah, da ist das Rathaus. Oh, das ist aber ganz schön lila. So, ich überspringe das jetzt einfach mal, weil sie würden vielleicht sagen, dass wir eigentlich jetzt auf die Einkaufsmeile müssen und dann werden wir da zum Immunug gehen. Das ist ein Mann, der verkauft so die Häuser und so. So ein Bauarbeiter, sag ich jetzt mal. Und zu dem müssen wir halt. Und deshalb gehen wir da jetzt einfach mal hin. Ah, wieder Birnen. Ich habe ja schon mein letztes Video war, wie man einen 1a Baum pflanzt. Und ich hoffe, ihr habt es mal ausprobiert, weil das klappt. Und ich habe in meiner anderen Stadt auch mega, mega viele 1a Bäume stehen. So, das hier ist der Immunug. Da müssen wir hin. Und deshalb gehen wir da jetzt einfach mal rein. Das ist der Tom Nook, der Betreiber von dem Immunugladen. Und der fragt mich, wo wir wohnen wollen. Ich habe gesagt, ja, ich weiß schon, wo ich wohnen möchte. Und deshalb will ich da jetzt hingehen. Und ich muss ihm jetzt zeigen, wo ich wohnen möchte. Und hier rüber würde ich gerne... Hier ist also der Festplatz. Okay. Festplatz. Und wenn da dann die Fundgruppe ist, direkt neben dem Festplatz, möchte ich gerne ganz nahe hier dran wohnen. Das ist nämlich auch praktisch. Und deshalb glaube ich... Hier geht es, glaube ich, nicht. Hier wird es sagen, nee. Das ist zu nahem See. Deshalb... Machen wir... Einfach mal hier. Ja, ich will hier mein Haus bauen. Das ist zu nahem Festplatz. Okay. Muss ich woanders machen. So, hier. So. Immer noch zu nahem Festplatz. Mann. Mann, das ist blöd. Aber hier. Ja, hier soll mein Haus stehen. Okay. Hier wird mein Haus gebaut. Okay, und das wird dann am Ende so aussehen, wenn es fertig ist. Ja. Ich glaube, jetzt wird er uns ein Zelt aufstellen. Ein Zelt und ein Holzbriefkasten, damit wir auch einen Unterschlupf haben. Ja, macht er jetzt. Und ich muss jetzt zurück zum Rathaus. Mal eben ein Inventar. Wie viele Bienen haben wir? Sechs Stück. Okay. 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 So, hier ist das Rathaus. Ein da. Da ist unsere Sekretärin Melinda. Ja, ich habe den perfekten Ort gefunden, Melinda. Ich habe am 1.12. Geburtstag. Richtig. Okay, jetzt gibt sie uns unseren Burgerpass. Jetzt wird sie uns auf einen Festplatz bringen, damit wir da einen Baum einpflanzen können. Der uns dann sagt, wie groß unsere Stadt schon ist. So groß wie unsere Stadt ist, so groß ist unser Baum. Und der wird dann immer größer halt. Warte, ich möchte einmal die Kamera wieder scharf stellen. Okay, ja, dann lasse ich das erstmal so. So, jetzt ist es scharf gestellt. Jetzt pflanzen wir das ein. Wird auch. Am 25. Dezember 2018 ist Bürgermeisterin Rebecca in Berlin angekommen. Okay, jetzt haben wir das gemacht und jetzt haben wir Freizeit. Kannst du den Fahrtritt speichern, okay. Ja, also das ist jetzt unsere Stadt. Sieht eigentlich ganz cool aus. Gehen wir einmal den Abhang runter. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Einleitung mit der Stadt und so. Also, äh, ich kann, ich werde auch ein paar mehr Videos mit Animal Crossing machen. Und schreibt mir mal in die Kommentare, welche Spiele ich noch so ausprobieren soll. Und das werde ich dann halt auch machen. Und was wollt ihr nächstes Mal lieber? New Style Boutique 3 oder Miitopia? Schreibt mir das in die Kommentare und dann gucke ich mal, welche, wie, was ich dann spielen werde. Und ja, das war's mit dem Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist ein Like da. Vielleicht auch ein Abo, wenn ihr noch mehr solche Videos wollt. Und ich sage dann, ciao.